Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Wir sind hier wieder in der Küche von REND24 und wir haben heute wieder den Gast, ihren Mannhus, dabei. Die Leute, die mich kennen, er ist auf TikTok, er hat einen TikTok-Account und auf YouTube und Insta werden wir alles verlinken nachher unten in den Kommentaren. Okay, wir haben heute ein sehr, wie soll ich das sagen, gefährliches Spiel vorbereitet. Wir haben hier verschiedene Schärfestufen, das sind alles richtig scharfe Jelly Beans. Hier ist die Racha, ist nicht so scharf. Jalapenos, Cayenne Pfeffer, Habanero, ziemlich scharf. Carolina Reaper, die sind crazy scharf. So, wenn wir die haben, dann sind wir am Arsch. Wir müssen Preise erraten. Der, der näher am Preis ist, hat gewonnen. Der, der weiter weg ist, muss hier auf dem schönen Rad einmal drehen. Okay, let's go. Die Redaktion hat uns als erstes ein McFlurry geschickt. Gut. In Deutschland blieb ab wo 2,50 Euro. Nein. 1,50 Euro. Redaktion, auflösen bitte. 2,99 Euro. Was hast du jetzt gesagt? Was? Das will ich niemals dafür bezahlen. Let's go, dreh, dreh. Ey, wenn jetzt Carolina Reaper kommt, ne? Ja, dreh gut. Fand fest? Ja. Oh, aber ist auf jeden Fall auch... Habanero, Bro. Habanero ist das auf jeden Fall direkt das zweitschärfste. Magst du scharf? Ja, aber die Sache ist wahrscheinlich nicht so scharf, ne? Ey, Alter! Das ist auf jeden Fall scharf. Alter! Oder ihr hattet es nur 2,3 Minuten... Oh mein, es geht weg. Nein, Digga. Das ist echt krass. Die Milch hat es, glaub ich, auch schon mal haltbar in dieser Zeit. Also die schmeckt nicht hundertprozentig komisch, aber ich glaube, morgen kann man die nicht mehr trinken, Bro. Verweis auf, was gegen die euch in der Schweiz für ein Ritzspielmann, ne? Ey, nur Gott weiß, was da angeht. Ey, in der Schweiz haben wir die beste Milch. Direkt von heute. Okay, let's go. Lass weiter machen. Nächstes Spiel bitte. Mmmh. Ein goldenes Steak von Nusret. Ich sag 700 Euro. Nein, Kaui. 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 1.200 Euro. Gut, dann würde ich sagen, dreh. Ja, gut, dann kannst du jetzt gerade mal das Gleiche wie ich haben. Ich will mindestens, dass du auch das 3 bis 4, sagen wir 3 bis 5 Sekunden im Mund hast. Nein! Was ich gerade eben hatte und dann... Mal gucken. Ja, crazy. Ja. Boah, Digga. Mein Mund brennt. Bei mir ist es immer noch nicht weg. Das hast du jetzt erstmal. Wenn ich die runterschlucken müsste, ich würde kurzen 100%. Wollen wir einen draufsetzen? Wir müssen, egal welche, mindestens 5 Sekunden kauen. 10. 10 Sekunden. 10. 10 Sekunden. Let's go. Okay. Nächste Frage. Wie viel wert beim Goldraub von Katar? Was? Was ist das? Ich weiß es glaube ich nicht. Ich weiß es glaube ich nicht. Was war der Goldraub? Hat er Gold geklaut? Ja klar. Hat er dann versteckt? Ich habe keine Ahnung. Eine Million. Eine Million und eins. Ich finde das selten für eine Million. Ich sage eine Million. Let's go. Was ist die Antwort? So. Also nein, nein. Vorsicht. 10 Sekunden. Ja. Ja, Digga. Eins daneben. Wichtig. Was ist das? Jalapenos. Das ist easy. Das ist ja noch weniger scharf als das andere. Auch so einen Chili Cheeseburger mag ich dir echt gar nicht. Eben, ja. Ich finde die echt ekelhaft. Aber es ist ekelhaft. Aber scharf ist es nicht. Ich sag dir jetzt schon. Wenn wir jetzt gar keinen Blick nicken, dann holen wir uns am Ende beide eine Carolina rein. Ja. 10 Sekunden. Boah. Fantaschen. Was sagst du? Ja, sag du jetzt mal zuerst. 1760. 1760. 1750. Das ist seltener Kack. Hab ich gewonnen? Du hast überhaupt nicht gewonnen, Digga. 900. 900. Ja. Wichtig, Leute. Let's go. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Einspruch. Einspruch. Das muss ich schon drehen. Ey, Mann. Ey, ey. Das muss ich drehen. Wenn du jetzt sagst, ich muss, dann ist es unfair. Ich mach jetzt so. Ich schub's an, okay? Ja. Calapeño. Calapeño. Ja, egal. Oh, okay. Stark. Stark. Aber das ist easy. Wahrscheinlich fangen die jetzt an, oder? Wird mich verarscht. Wenn ich die von meinen Bürgern runtertue, habe ich eigentlich zu weit. Ey, die Cala, die Cala, ey, ich kann den Namen nicht aussprechen. Was ist los? Let's go. Nächste Frage. Ein Lamborghini. Was ist das? Ah, normal, Digga. Ähm. Eins, zwei, drei. 300.000. 300.000. 300.000. 300.000. Digga, jetzt hab ich gewonnen. Was ist das? 1.000. Ja. Ja. Nein. Ja, sie ratscht, Digga. Das ist nix. Nächste Frage. Nein. Hast du Ahnung von Pokémon? Pokémon. Wie heißt das? Wie heißt das? Leute, wisst ihr, wie viel Wert ihr habt? Ah, das ist Holo-Blue-Rack-Karte. Das ist auf jeden Fall 2. 3. Warte, 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 warte. Jetzt muss ich überlegen. Okay. Das ist ja auch. 3. 2. Warte, okay. 3. 2. 1. 50.000. Hä? 500.000. Ja, 500.000. Hey, ich glaube, ich bin nach Berlin. 50.000. 50.000? Jawoll! Crazy. Crazy. Ja, Digga. Got it in the right. Die Karolina. Die Karolina, Leute. Jawoll. 10 Sekunden, Leute. Marius wird sterben. No joke. Es ist wirklich... Ey, 10 Sekunden ist bei der Hund mehr. Leute, es ist nicht gespielt. Die ist crazy. Wer nicht glaubt, probiert das selber aus. Die ist nicht normal. Das ist die schwerste Chili der Welt. 2 Millionen Scope. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall viel. Okay, Leute. Ich kann dir nicht garantieren, dass ich die 10 Sekunden drin lasse. Kann sein, dass ich die 10 Sekunden drin lasse. Und ich dann schon da hinten hänge und dann die TikToks wieder rauskomme. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Achtung. Fertig. 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 Beißen die ab. Candy, Candy, Bruder. Oh, hot, 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 hot. Hot, hot, hot. Hot, hot. Das kommt erst danach mit Candy. Das kommt erst gleich. Jetzt kommt erst gleich. Jetzt kommt erst gleich. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Meine Zungenspitze, Bruder. Das ist schon krass. Das ist krass. Das ist krass. Wenn du Ere hast, nimmst du sie jetzt auch. Wenn du Ere hast und auch 10 Sekunden. Lass es so machen. Wir machen ein Spiel. Entweder nehme ich sie oder du. Oder ich nehme sie nochmal. Ja, klar. Macht Sinn. Nimm sie jetzt. Ich will, dass du sie jetzt nimmst. Nimm sie. Diese? Ja. 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 Das ist jetzt erstmal nicht scharf. Das kommt klar. Das ist klar. Dann nimmst du doch noch eine ganze 3 Sekunden in den Mund. Fuck. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Scheiße. Ich mache frische Luft, Alter. Na gut. Leute, lasst uns das Video beenden. Das ist crazy. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Checkt Marius seine Kanäle ab. Und bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.